Ja? Lassen wir uns direkt hier wieder. Ja, dann möchten manche auf die Bänke rücken. Ja, ja. Manche müssen auf die Bänke rücken. Manche, da oben ist dann zu rechts. Ja, wo die drei Bänke sind. Und ich glaube, das sieht man da nicht aus. Ja, das sieht man da nicht aus. Ja, das sieht man da nicht aus. Ja, das sieht man da nicht aus. Na, ich schaue jetzt. Ja, alles gut. Ja, schön. Das ist schön. Das hat ja letztes Jahr auch mal gesagt, auf den ich mal mitkommen will. Und die haben die Sachen ja schon gekippt. Die haben die ja in der nächsten Wahl gelesen. Und dann in der nächsten Differenz, die haben die drunter blöden. Aber da, wo wohnst du? Ja, das fällt bei mir hoch. Ja, das ist ja sehr sauer. Ich arbeite jetzt hier im Innendienst. Und kann ich das jetzt auch... ...und kann ich das jetzt auch...